Musik Wir haben Nivata gegründet, um der Stille mehr Raum zu geben. Stille ist für jeden anders. In der Ausbildung zum Yoga-Lehrer lernt man, seine eigene Stille zu entdecken und die dann weiterzugeben. Nivata ist, glaube ich, das universellste, was ich kenne, weil es wirklich für jeden funktioniert. Die Ausbildung ist das umfassendste, was ich bisher kennengelernt habe. Es ist egal, was man mitbringt. Es geht ja darum, was man mitnimmt. Es geht ja darum, was man mitbringt.